Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, EU-Wagenpartner in Bielefeld. So, Schäffer goes Offroad. Neues Thema bei uns im Haus, letztes Mal der Land Rover Defender. Dieses Mal Toyota Hilux, 2,8 Liter Diesel in der Invincible Ausstattung. Höchste Ausstattungslinie. Das heißt, dieses Auto ist einmal vollgepackt mit allem, was gut und teuer ist. Von Leder über GBL Soundsystem, Navigation, spezielle Leichtmetallräder, Trittbretter mit dabei und vor allen Dingen auch, das werden wir gleich noch mal sehen, hinten mit der Heckaufnahme, eine spezielle Laderaumauskleidung, wo so ein Auto super komplett ausgestattet ist. Anhängerkupplung natürlich mit dabei. 3,5 Tonnen Anhängelast. Großes Thema eben halt, super begehrtes Auto im Bereich der Agrarwirtschaft, super begehrtes Auto im Bereich, ich sag mal, der Hobbyleute, die auch gerne mal irgendwo Offroad unterwegs sind. Wenn ich hier so dazwischen stehe, fällt gleich auf, ich bin relativ klein. 1,76 m Körpergröße. Das sind wuchtige Autos, die haben einen wahnsinnigen Böschungswinkel, wo man auch ohne weiteres wirklich mal richtig Offroad fahren kann. Das kennen wir so von einem Standard-SUV, was wir ja sonst sehr häufig eben halt haben, an sich nicht. Hier bei diesen Autos muss man wirklich sagen, ganz typisches Fahrzeug eben halt unverwüstlich, mittlerweile in der neunten Generation und vor allen Dingen, was eben halt für uns derzeit im Verkauf ein Riesenthema ist, so ein Auto hat regulär eine Lieferzeit von zwölf Monaten bei uns innerhalb kürzester Zeit verfügbar. Das heißt, diese beiden Fahrzeuge, so wie sie jetzt hier stehen, sind innerhalb von 14 Tagen gekommen. Autos sind sofort griffbereit und on top nochmal. Das ist glaube ich auch sehr, sehr interessant eben halt für den, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt. So ein Auto muss dann nicht 60, 70.000 Euro kosten, so ein Auto kostet auch nicht den Listenpreis. So ein Auto gibt es bei uns Pi mal Daumen im Bereich 50.000 Euro. Jetzt würde ich die Kamera gerne einmal mit zu mir holen, damit wir ganz kurz einmal in den Innenraum reinschauen. Wir haben von der Lederausstattung, wie gesagt, über Navigationssystem, Sitzheizung, Klimaautomatik, Powerheating, Automatikgetriebe natürlich mit dabei. Alles an Bord, was lieb und teuer ist. JBL Soundsystem, für den, der gerne mal eine gute Musik hört, ideal. Und vor allen Dingen, was wir jetzt hier sehen, in der Seitenansicht, Double Cap. Ganz, ganz wichtig. Zwei Sitze alleine vorne reichen den meisten nicht. Hinten haben wir eine vollwertige Sitzbank nochmal, wo ohne weiteres auch nochmal Personen Platz nehmen können. So, jetzt gehen wir mal einmal rum, gucken hinten gerade einmal rein, weil das ist speziell nämlich das Tolle bei diesem Invincible. Standardmäßig ist der Laderaum eigentlich nur in Wagenfarbe lackiert. Das war's. Wir haben hier das Alu-Riffelblech mit dabei. Das heißt, der Laderaum ist komplett ausgekleidet. Vernünftige Haken rechts und links mit dabei, wo man auch mal gerade was verspannen kann. Super interessant für die Freizeitleute, die sagen, okay, da kommt jetzt mein Fahrrad drauf, da kommt mein Crossbike drauf, da kommt mein Motorrad drauf, wie auch immer. Und vor allen Dingen, was auch richtig, richtig klasse, ist massive Heckklappe, die ich ohne weiteres locker mit über 100 Kilo belasten kann. Ich bin eben mal drauf gesprungen, war überhaupt gar kein Problem. Hält das Ganze natürlich locker aus, ist ein bisschen wuchtiger beim Schließen, aber wenn sie zu ist, ist sie zu. Und vor allen Dingen, wenn wir hier mal gucken, das nenne ich mal eine richtige Anhängelkupplung, da kann ich wirklich was dahinter packen. Das ist nicht irgendwas, wo ich sagen muss, hm, bin mir nicht so sicher, ob das alles hält. Hier, hundertprozentig, kein Thema. Rückfahrkamera natürlich auch wieder an Bord, jetzt gehen wir gerade einmal mal schnell rüber zu dem zweiten Auto. Den haben wir schon umgebaut. Das Auto ist hier jetzt ausgestattet mit einem speziellen Hardtop noch mal hinten im Bereich der Ladefläche. Kundenwunsch gewesen. Haben wir natürlich umgesetzt, gar kein Problem. Und vor allen Dingen, was eben halt auch schön ist, bei den meisten ist es dann so, dass die ein separates Schloss eben halt hier oben für die Klappe noch mal haben, was wiederum über die Zentralverriegelung nicht funktioniert. Bei uns ist das so, das Ganze ist so kombiniert angeschlossen, dass mir ein Schlüssel letztendlich eben halt reicht, um tatsächlich alles öffnen und schließen zu können. Sowohl die Heckklappe wie auch hier oben noch mal. Dieses Heckfenster finde ich, ist eine super Kombination. Ich dann sage, ich mache unten zu. Oben die Klappe auch. Dann sitzt das Ganze. Jetzt kann ich das Auto abschließen und das war's. Wir haben gesagt, wir machen mal ein kleines Video und nicht wieder irgendwie eine halbe Stunde. Der ein oder andere hat sich beschwert und sagte, Mensch, das ist immer alles viel zu viel. Da guckt man nicht ganz so lange. Dementsprechend haben wir jetzt hier das kürzere Video eben halt. Wie gesagt, wenn da Interesse am Hilux besteht, einfach gerade anrufen, reinkommen. Die Fahrzeuge sind da, können jederzeit besichtigt werden. Gar kein Problem. Ansonsten eine Anfrage gerne per E-Mail, gerne per WhatsApp, Videochat oder wie auch immer. Das Beste ist immer meine Empfehlung. Reinkommen, das Auto anschauen und dementsprechend einmal fahren und dann begeistert sein und kaufen. So, das war's von meiner Seite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.